Der höchste Punkt dieser vertikalen Umkehrkurve wird etwa 3000 Meter über dem Gelände sein und die Piloten werden beim Auslehnen des Manövers aufgrund der Schwerkraft mit dem 5-fachen Körpergewicht in deren Sitze gepresst. Aus Altenberg hätten nurige Täler und das grösste Zusammenhänge der vergletscherten Gebiete der Alpen, das ist das UNESCO-Welterbe Jungfrau Alec. Die Figur Eiger zeigt den zu dem Kulturerbe gehörenden 4000 Meter hohen Berg mit seiner imposanten und weltweit bekannten Nordwand. Meine Damen und Herren, die Patriot Suisse in der Figur. Eiger! Nächster Wechsel in die Figur Puzzle. Schwingen ist eine in der Schweiz gepflegte Form des Ringens und gilt als Schweizer Nationalansport. Und da kommen wir bereits zum ersten Höhepunkt in unserem Programm, der sogenannte Garante Cinque Seixi. Belastung auf dem Körper beträgt etwa 3 bis 4G und der Durchmesser dieser Figur beläuft sich auf ca. 1,5 Kilometer. Das gesamte Patron wird übrigens auf Sicht und ohne technische Hilfsmittel geflogen. Der Verbandflug, den Sie hier sehen, ist also 3D-Handarbeit. Wenn Sie nun gerade ausschauen, meine Damen und Herren, der Hauptverband in der Figur Puzz. Hier ist grosses Fingerspitzengefühl befragt und räubiges Vorspielungsvermögen. Neu in diesesjährigem Programm haben wir den sogenannten Diamond Splint. Den Hauchband, den Sie sehen jetzt, splittet sich in zwei Unterverbände und wir schalten hier live ins Cockpit. Dann hören Sie, wie die Piloten miteinander kommunizieren, um sich danach in der Mitte der Vorführungsee zu kreuzen. Dann hören Sie, wie die Piloten miteinander kommunizieren, um sich danach in der Mitte der Vorführung zu kreuzen, um sich danach in der Mitte der Vorführung zu kreuzen. Das war alles, was wir heute haben. Der wohl verspielte die Figur im Programm der Patron ist, wie es eben da. Er hat gelernt, dass Leitens Sonopilot auf dem Programm gerät vor dem Testflug. Flugzeug. 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 In Sausupen sind Humboldt vor Freiebehausen, Michael Jupp, und die mit dem Sogland-Sloch-Fling, Ugar Janssens. Der schnelle Überflug von links nach rechts wird mit knapp 1.000 km geflogen. Und hier ist er. Er sinkt ab auf die Minimalfluggerühre über der Vorführachse. Unser Solis, Kyle Laschet. Die Challenge ist die Ausbildungsplattform der Schweizer Luftwaffe und bietet eine erfassende Eignungsabteilung für zukünftige Militärkampf. Die Flugzeuge wurde 1976 in den Vereinigten Staaten gebaut und entwickelt. Die Schweizer Luftwaffe betreibt dieses Flugzeug seit 1978. Die Flucht-Dream und die Flucht-Dream. Die Flucht-Dream. Das war die Show der Patrus-Swiss. Ich bin mal einfach mit! Die Flucht-Dream und die Flucht werdenникам, die Flucht-Dream untelfastiert. Das war die Show der Patrus-Swiss. Das war die Show der Patrus-Swiss. Untertitelung des ZDF, 2020